Boah, alles ist gut. Wenn man auch aus der Range läuft, dann hören die auch auf, so scheiße zu sein. Ja, die lassen die Leichen einfach bei sich liegen da. Na. Okay, nur noch das. Und jetzt vorsichtig. So, den im Haus aufpassen, warte. Da ist noch einer im Haus, das Ding. Ja, ja. Ich gehe durch die andere Seite gleich rein. Okay. Okay. Meinst du? Kannst du da rein jetzt, Zeig? Ja. Kann ich den nicht einfach messern eigentlich? Da kannst du den anderen erschießen. Wie? Oh, Junge. Oder? Das ist halt wieder cool. Alles wieder cool, oder? Nein, schon aufpassen, hier vorne sind welche. Ich glaube, hier ist alles cool gerade. In dem Haus hier sind welche. Okay, vorsichtig. So. Wow, Alter. Was war mit dem los? Oh, da ist ja auch noch einer. Steht da noch einer daneben? Keine Ahnung. Ich töte ihn einfach. Ist tot. Scheint alles cool zu sein. Ah, hier war einer drin. Ja. So. So, und das war es eigentlich schon im Prinzip schon, ne? Ja, wir haben es geschafft. Nice. Wow. Das war ja eigentlich nur eine ziemlich einfache Mission eigentlich. So oft haben wir auch nicht verkackt, glaube ich. Ja, zurück zur Spitzeanreinheit. Ja. Operation wäre Delta und wir nehmen aber mal Terminal. Oh Gott. What the fuck. Das war eine schwierige Mission eigentlich. Terminal, das wird auch... Interessant. Oh ja. Schlagen sie sich durch feindliche Einsatzschilde. Hinterhalte. Oh mein Gott. Oder eher gesagt, Einsatzschilde hinterhalte. Einsatzschilde hinterhalte. Ne, da hat ich mir auch gerade so, what the fucker. Die Mission, die wird heftig, glaube ich. Ich glaube, die wird geschmeidig. Aber ich glaube, die wird Spaß machen. Aber trotzdem heftig sein. Ah ja, guck mal, ist das ein Ruski da auf dem Schild? Da, ist das so Ruski? Steht da nicht Ruski? Mein Gott. Wir sind ja im russischen Flughafen. Oh ne, oh, 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 oh. Die Mission ist krass. Meinst du? Oh ja. Ach, wir werden das schon irgendwie kriegen, oder? Oh, 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 oh. Immer treibt direkt hier. Und sofort Schilde, alles. Also hier. Mal, das ist, glaube ich, dead. Auf jeden Fall. Was macht die ganze Zeit so ein Klackgeräusch? Da freu ich mich grad auch. Au, au, au. Warte, bleib da einfach. Bleib da von hinten und von der Seite auch. Ach so, okay. So ist das also okay. Also ist mit schwer wirklich schwer gemeint, ja? Ja. Okay. Interessant. Schauen wir doch mal. Alter. Ich schieße dem in seine Hand, aber den interessiert das... Alter, komm nicht so kackenah mit dein Scheißschild. Alter, ich schweiß dir. Du willst schon sehen, was du davon hast. Hab den. Hab den schon. Bist der andere schon tot? So, von welcher Seite kam jetzt der andere Typ? Doch nicht von hinten, oder? Auch von der Seite, warte. Ich sag mal, dafür, dass vorne welche kommen. Warte, hier so triggern. So ist, puf. Jetzt kommen wir zurück zum Termin. Oh, nee. Ja. Krasser Beschuss zuvor. Auf jeden Fall. Alter. Tod. Kommen wir jetzt zu mir. Höflich nicht gestorben. Dieses Arschloch. Wo schießt der? Alter. Übertreibt man nicht. Sei mal ruhig hier. Blendgranate. Ah, die schießen von oben, von der Treppe. So, den einen, der ist tot. Alter, alter. Da ist einer, der ist richtig sneaky, sneaky drauf. Ich krieg noch eine Blendgranate. So, wo chillt der? Hier irgendwo. Da. Oh, da kommen gleich mehrere Leute auf einmal. Aber Schilde, komm. Oh, 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 oh. Einer kommt zu dir sogar. Arschloch. Der Pescher. Du Pescher. Oh. Oh, da kommt die Treppe runter. Hey, warte mal. Nicht so funny. Leck mich am Arsch. So, kommt der her. Komm her, du Penner. Ich laufe hier jetzt selbst wie so ein Rambo rein. Wo ist der? Von wo hat der geschossen? Ach, nee, das war nur sein letzter Atemzug. So, okay. Okay, jetzt müssen wir richtig vorsichtig voran gehen. Irgendeiner ist noch da unten. Weißt du? Ich höre da jemanden. Ah, der denn da oben ist es. Kann oben sein. Wo kommen die jetzt wohl? Alter, scheiße. Okay. Ja, die sind auf einmal überall, weißt du? Das ist so fast. Von hinten. Oh, da kommt eine Granate an. Ah. Au, au. Du schießt mich an. Du hast mich angeschossen. Er versucht zu dir hinzukommen. Ja, hier ist gut. Hier ist gut. Oh. Warte. Nein. Jetzt haben die mich. Ich tötte ihn. Komm nach hinten. Ja, ich. Nein, der steht wieder auf. Der steht wieder auf. Tötte den. Tötte den. Er lässt nochmal eine Leiche. Oh. Oh, Alter. Das ist richtig. Hier müssen wir richtig vorsichtig voran gehen. Oh, Schill-Tipi. Schill-Tipi, komm. Oh, da sind zwei Schill-Tipis. Sind die geblendet? Ja, sind beide tot. Sieht alles gut aus. Oh. Mit Schild rumzurennen ist mir zu kritisch. Ich kann das nicht. Du hast gut Akku auf dich gezogen. Die bin ganz schön gut in Ruhe gelassen. Ich will ein neues Schild haben. Da. Ja, wobei ich möchte hier den Bürgertorn gehen. Alter, essen wir jetzt voll geil. Boah. Hätte ich da Lust drauf. Boah, ich habe Kesselchips hier. Erhooken, hier ist ein Burger. Willst du ein Burger haben? Ja, Mann. Korrekte. Ich kann die Burger. Ich schlage nicht einfach mal ein Einsatzschild. Wie kann ich das? Wie kann ich denn damit schlagen? Wie du auch normal schlägst mit E. Ah, das ergibt Sinn. Jetzt in diesem Geschäft hier. Ja, da kommen wir ja. Oh, da kommen die. So, da sind sie. Bam. Ich mach die kaputt. Oh, wie viele Schildtypen hier sind. Einfach so drei Schildtypen vor mir. So, warte mal. Kannst du das Spiel irgendwie pausieren, ne? Nee, wieso? Na, einfach so. Oh, pass auf, hier sind sie vor drei Schildtypen. Hm. Warte, kann ich nicht einfach da hingehen und die kaputt machen? Warte, den habe ich gegeben. Kann ich auch stellen. So, und den anderen noch. Wow. Okay, so, das sieht gut aus. Okay. So. Okay, ich bin jetzt in diesem Bücherladen hier. So. Ja, das hält. So. Der O-N-E ist bestimmt gleich wieder Action. Komm mal. Oh ja. Scheiße, warte mal. Da kommt jemand, glaube ich, seitlich gleich hoch. Ja, Mann. Warte, um den will ich mich erst mal kümmern. Verreckt, du Arsch. So, der ist tot. Ich kümmere mich um die eine Treppe und die andere, okay? Okay. Alter, wie die hier auf mich draufballert. Wieso korrekt, der Leiter. Oh, wie viele Granaten da einfach fliegen. Ich schmeiße noch ein paar Granaten runter. Ich habe erst Blendgranate, jetzt schmeiße ich aus dem Ding hoch. Oh, wie viele Leute gleich hochstürmen. Bäm. Nein. Nein. Die haben mich. Nein. Nein. Ich auch. Katastrophe. Ich schmeiße sofort Granaten hin. Oh, die kommen sofort hoch. Ey, Dude. Du machst das voll kritisch. Einfach Granaten überall verteilen da unten. Oh, die schmeiße zurück. Ah, da ist einer hinten oben. Oben ist einer. Kann der oben gehen? Hier im Shop. Keine Ahnung, wie er da angekommen ist. So, jetzt mache ich ihn jetzt aber tot. Oh, oh, oh. Ich habe die geblendet. Einer ist durchgekommen. Ah, ah. Ja, ich mache den gleich tot. Ich mache den gleich tot. Hab den, hab den schon. Ja. Oh, da oben unten ist kritisch, Alter. Da unten steht der. Oh, da ist voll die Army, Mann. Ich schaffe Granaten. Oh, Junge. Ich schalte nach und nach ein paar Schildtypen aus. Okay. Okay, ich habe kritisch schon Schaden genommen. Die sollen mal hier hochkommen, Alter. Da gibt es Party. Oh, 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 oh. Oh, je. Oh, zurückwerfen. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. noch da alter der witz aber ich wissen sind jetzt weit gekommen ich will noch einen einsatzschild neuen er will nicht nehmen ich will nur einen einsatzschild hier muss ich auf dich warten ist hier nicht zu ende ist voll wir haben es geschafft ja wir haben es geschafft ja es war bar 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 sterne verdient hohem niveau zurück zum ding operation wählen wir haben jetzt alpha geschafft wir haben bravo geschafft wir haben schale geschafft wir haben delta geschafft und es bleibt jetzt nur noch noch was von delta übrig was ja irgendwie muss ich noch mal auf delta draufklicken irgendwie habe ich mich keine ahnung egal dann machen wir das anwes ich wollte schon sagen dass das wird hammer das wird hammer meinst du boah juggernauts gibt es auch oh ja mir schon wieder so warm gerade echt auf den schluck trinken heute voll kratzig ist mir wegen der runde gerade weil wir gewonnen haben erstmal schluck monster energy gegönnt das geld fließt keine andere machen hier wir haben ja auch von woher geschossen erst mal gar nichts dass der erfahrt so vieles mehr glaube ich da jetzt habe ich den penner so das war es mit denen feinde 37 stück danach ist er in dem gelände dann können wir glaube ich rein und oder dass das war was anderes ja feinde 37 stück müssen wir machen da kommt gleich ein juggernaut vom haus eigentlich auch irgendwo hatte hinten alter alter vom haus müsste eigentlich ein juggernaut kommen habe ich jetzt getötet ich glaube nicht also schießt da gegen dieses holz ja jetzt habe ich ihn siehst du genau da wo ich hingucke ich meine da kommt ein juggernaut raus aber natürlich gut sein wenn wir weltweite daraufhauen dann passt hat ja mit der brett ne hat hier gibt es aber auch noch andere orte wo man sich hier ein bisschen pflanzen könnte ich weiß nicht genau wie das hier ist kommen die denn alle auf uns gezielt drauf oder stehen die auch irgendwo um nur oder habe ich einen blick versucht hat mal so aus ein bisschen erstmal abzuklappen oder kommt einer von hier eine bar so ein hand gehabt alter es geht mit dem bei diesen der hat gut drauf im haus war einer müssen wir gerne vor die auftauchen richtig kommen die doch zu uns ist endlich voll leger wenn die auf uns gehen leger auch so ein wort wenn du gekommen müssen wir eigentlich vorgewandt werden mit der drüben hallo anyone here ok da kommt jetzt jemand raus auf jeden fall kommt jetzt gleich irgendjemand die haben gerade irgendwas gesagt wo ich hingegen bin schön zu was das ist ja drinnen warten bis die reinkommen und dann schießen wir von beiden seiten so wie wir das öfters machen weißt du pussiehaft warte mal ich lauf mal hier hin oben wo alter und wo da ist doch einer wo angst zu unseren rücken alter 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 da sind viele alter da sind richtig viele aber irgendwie versteckt wo ich glaube da war ein sniper also ich habe hier ist auch ein sniper irgendwo hier müsste sein davon wo schießt der sack ich sehe nicht mal ich sehe nicht mal die können wir haben abgemalt ich mag das nicht die am thermal ja ich werde die am thermal total ich habe Angst vor dem ticker noch irgendwie alter jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn gleich wow das war schon wieder nicht getroffen nein ich brauche jetzt eine hilfe dann mal hier rüber zu mir ich weiß jetzt wo er exakt steht aber es wundert mich dass ich ihn gar nicht getötet habe jetzt ist er tot da ist auch einer habt ihr da noch einer ja man da war noch einer alter von hinten von hinten